Wir sind schon fast am Ende Und ich hoffe, es hat gefallen Denn ja, ganz sind die Hände Dass wir das Größte uns alle Wir haben uns sehr bemüht Wir haben gebohrt so manche Stunden Der Schmäh hat aufgeblüht Und ja, ich wusste My way Es ist, es ist, es war ein schwer Ein Publikum zu unterhalten Jedoch für euch Sucht wir noch mehr Hier bleibt für euch Doch stets die heilen Schönheiten Wenn kommt's Wenn kommt's Wenn kommt's Dann der Applaus 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 Wir sind für uns, wir haben uns, aber wir sind froh, dass es wir sehen, auf Wiedersehen, wir sind uns alle. Hochverehrtes Publikum, wir sind noch wieder am Ende unserer heutigen Maschenschutzung angekommen und wir hoffen wie immer, dass es Ihnen wenigstens ein bisschen gewandt wird. Wir bedanken uns bei Papierwaren Regine Hüttich und ihrem Team für den Kartenvorverkauf. Unsere langen Kaffeehaus-Team rund um Gerda Huia, Hildger Räuscher und Günter Leitner. Bei Michael Zins und seine 30 Gehälter vom Poststümer. Dankeschön. Bei der Kataroma-Abordnung von Wege zum Wohnen. Bei den Berlitzer Bauhof-Mitarbeitern für Bühnenauf und Abendau, vielen Dank auch dafür, wie Herr Höhermeister. Für die vorbeugelte Sicherheit im Saal, die Kameraden der Freiwilligenufeuern, Herr Berlitz, vielen Dank. Für die Saal-Dekoration und Tätig für alles, Frieder Räufer und Gerda Hüttich und Walzer. Verantwortlich für den guten Ton, Licht, die bittige Festhaltung für die Ewigkeit. Evald Werger, Kalionsspieler David Möhrer, Lena Weizhoff-Baumer, Herbert Steckerweck und Stefan Wohlhoff. Wir bedanken uns bei unseren Kulissen-Schiebern, Bruno Stieg, Schuler am FNBD und Ingenieur, Erich Wanzböck. Die Sektfahrbegleuten Eva und unser Wolf, Michael Stiegberg, sowie unser Schurwanderer Sektfahrbeleufer Georg Bär, seine Gartin Sonja, Martin Falzer und Gabi Krenz. Und hier noch einmal alle Darsteller auf die Bühne, unsere Hügel-Telefonistin Lotte Möhrer, unsere Stummel-Kompeter Christian Krenz und Mario Kurs, unseren Falko-Sakoren, Familie Andrea und Helmo Krenz, mit der Dr. Diana Badatz. Unsere Gartenwägen sind Alessandra Jardy, Lena Mayerhofer, Sada Lokani, Amelie Zenz, Marene Steinwäger und Agnes Halberin. Unsere Gartenwägen sind Alessandra Jardy, Stefan Ölner, Leonie Stieg-Huber und Johannes Schieber. Und schon bei uns, den wir jetzt machen. Unsere Gartenwägen sind Alessandra Jardy, die Verzaubertanzende Anna Möhrer und Christoph Kaiser. Die Crew um die Gemeinde am Bären ist Volker Todes, Jakob Radweger, Claudia Ruprecht und Hannes Schwarz. Unsere Träger-Garten sind Alessandra Jardy, Stefan Reischmann und Luise Kräger. Die gutesten Senioreninnen, Petri Appel-Hürmer und Hanna Schreck. Für die Bärenbäcker, Choreograf und Schuppelrichtin, Christa Steiner, die Interviews von Bärenbäcker und Frau Zoller. Für das Film-Eating-Restaurant seignen unsere Playbäcker Rainer Necktau, Oberwagier, Roman Meierhofer und Gabriel Schieber. Unsere Kulturpolitik-Augerschutz-Aktörin, Petzer Secker und Playbäcker. Unsere Kulturpolitik-Augerschutz-Aktörin, Bernd Berger, Gabriel Einzelhasser, Gabriel Einzelhasser, Ingrid und Pate Lusbrecht, Elisabeth, Dr. Boris Schümbacher, Anna Maria Stiebacher, und unser Banko, Südder-Unig-Förer, und unser erstes Vier-Unig-Förer, unvermichtige Gäste-Beneuern und kürzlich, Frieda Laubincker. Unser Hilfskopf und Ausbruch, Fried Steiner. Das musikalische Individuum von unserem Bundesheberat und Cheforganisator dieser Maschinsitzung, Franz Krenn. Und mit unserer allergrößten Wertschätzung und Dankbarkeit, unseren künstlerischen Gesampleiter, Adi Mitwühl. Wir bedanken uns bei der FIP-Bester Musikschule, unserer Leitmutter, der PIP-Bester, Rudi Mitwühl. Bleiben Sie doch, genießen Sie doch ein Festival. Es gibt doch keinen Khôngvermisskanten, bis heute hat jetzt noch eine Tonquette. Verbringen Sie doch Ihren Schöne ab, verbringen Sie doch alle doch eine lustige Waschins. Es kommt nicht spät, aber gut am Auto. Ich wünsche dir jetzt noch schnell, ohne zu neuen Wändern, sehr ergeben, mit Wäldern steigend. Und wenn man sich antwortet, steht für uns. Wir haben uns auf sich geschont. Das ist es weh, auf Wiedersehen, der singt uns alle. Das ist es weh, auf Wiedersehen, der singt uns alle. Applaus 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 Ich bitte unsere Gastkirchen auf die Bühne. Bitte sehr. Auf die Bühne und auf die Bühne. Ich bitte alle Gastkirchen auf die Bühne. Ich bitte alle Gastkirchen. Ich bitte alle Gastkirchen. Ich bitte alle Gastkirchen. Ich bitte alle Gastkirchen. Ich bitte alle Gastkirchen.